Ich hab fieses Huhn gegessen. Köstliches fieses Huhn. Wir müssen den Skylern ihm helfen, Cluck den Kern wegzunehmen, bevor er seinen Plan ausbrütet. Das war ein Wortspiel. Keblämm! Äh, Flynn? Mir ist nicht wohl dabei, Whiskers hierher zu bringen. Hey, keine Sorge, ich bin hier. Niemand bekommt seine Riesenkeulen, während ich hier bin. Ich hab sie zuerst gesehen. Flynn! Wir sollten deine quakende Federmatratze besser in die Luft bringen. Die Typen sehen verdächtig aus. Hallo und willkommen zu deinem ersten Trainingstag bei Captain Clucks Königshühnchen. Das Geheimnis unseres saftigen Königshühnchens liegt in unserem eigenen, fast nur natürlichen, Hühnerfutter. Ich soll dir außerdem sagen, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Aber um ehrlich zu sein, alles, was mit dem Futter in Berührung kommt, wird entweder fürchterlich groß oder schrumpft auf handliche und tragbare Größe. Ist eigentlich ziemlich faszinierend. Alles, woran dieses schimmernde Pollenzeug lebt, kann groß und klein gemacht werden. Na los, versuch's mal! Geheimnis! Huftig! Hey, die Baumsamen waren in der Nähe des Hühnerfutters. Ich werde, du kannst sie wachsen und schrumpfen lassen. Skylander des Feuerelements sind... Gute Arbeit! Du wirst bestimmt in Nullkommanichts Mitarbeiter des Monats. Wow, sieht so aus, als wäre Captain Clark ziemlich freizügig mit dem Hühnerfutter. Das ist überall drauf. Lass mal ein paar dieser Objekte schrumpfen und wachsen, Skylander. Ich wette, du kannst die Futtersäcke wachsen und schrumpfen lassen, um das Rätsel zu lösen, Skylander. Ah, Skylander! Ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit, bevor du versuchst, meinen genial frittierten Plan zu durchkreuzen. Zum Glück sieht jedes Problem wie ein Nagel aus, wenn man jede Menge Hämmer hat. Hammerhead! Mach dir keine Gedanken über das Pochen in deinem Kopf, Skylander. Zeig's ihnen, getreue Drohnen! Ach, vielleicht sind das die falschen Werkzeuge für die Aufgabe. Oh, wie enttäuschend! Dann muss ich euch einfach zusammen mit dem restlichen Müll entsorgen. Stufenaufstieg! Bitte schwimmt nicht in den Gewürzbehältern! Ich will euch das nicht noch einmal sagen müssen! Oh! Skylander des Lichtelements sind in dieser Zone stärker. Die großen Hennen versperren alle Wege und ruinieren unsere Servierzeit. Ich will das nicht in meiner Personalakte. Nein, nein. Wenn du das Hühnerfutter der Captain-Cluck-Eigenmarke in ihre Wasserversorgung kippst, können wir sie ganz einfach schrumpfen und wachsen lassen. Bring das Hühnerfutter in die Wasserversorgung, dann können wir die großen Hennen schrumpfen und wachsen lassen. Du musst die See-Mission abschließen, damit du diese Hühner schrumpfen und wachsen lassen kannst. Wir können hier nicht arbeiten, bis wir diese Hennen schrumpfen und wachsen lassen können. Du brauchst ein Seefahrzeug, um diese Zone zu betreten. See-Shadow! See-Shadow! Damit wir den Fluss des Wassers ändern können, Skylander. Diese Wasserhosen sehen aus, als könnten sie dich in die Luft wirbeln. Die Fluss des Wassers sehen aus, als könnten sie dich in die Luft wirbeln. Untertitelung. BR 2018 Kakenüberzug! 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 Du hast doch mal das Schrumpfwachszeug bei diesen Pumpen einzusitzen. Vielleicht klappt's ja. Klasse gemacht, Skylander. Damit sollten diese Hennen unter Kontrolle zu kriegen sein. Okay, das Wasser ist jetzt total angereichert mit Captain Klacks Spezialfutter. Das erkennt man an der nahhaften, rein natürlichen Farbe. Das Wasser ist jetzt total angereichert mit Captain Klacks. Pass auf, Skylander! Oh! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017